Erfolgreiche Mannschaften werden getragen durch unbedingten Siegeswillen und Mannschaftsgeist. In diesem Sinne muss auch eine solidarische Gesellschaft funktionieren und durch Organspende helfen ist der Schlüssel zum Erfolg. Es ist der einzige Weg, die Sterblichkeit auf den Wartelisten zu reduzieren. Ich bin für Organspende und ich unterstütze den Organspendenlauf. Helft bitte alle mit.